Das sieht auch lustig aus. Es gibt ja einen Mini-Vulkan. Bethlehem. Alles, was neu ist, wird mitgenommen. Okay. Was machst du? Ich bin fast gestorben. Warum? Ich mach ein Youtube-Video darüber. Ich bin fast gestorben. Ganz gemütlich irgendwo hin und dann krass ich irgendwie... ...wo wilde Youtube-Fans an. Was war denn los? Ich wurde angegriffen. Ich verschlafen. Ist ja geil. Das heißt ja alles gelb. Warum? Gelbsucht. Ja. Komm mal wieder hoch. Ich suche mal einen anderen gefrorenen Planeten. Jo. Oh oh. Ah, Schnee! Schnee! Also das heißt ja Slush. Okay. Slush überall ist Slush. Das sieht aus wie Schnee, aber das heißt... Nein, kein Slush-Eis. Oh Gott. Nein. Ich komm hier nicht mehr raus, ey. Zum Glück hab ich meine Winter... Also hab ich meine... ...atmausrüstung. Ich könnte... Man kann nämlich... ...darn ersticken. Oh lol. Alter, ich komm hier nicht mehr weg! Ja, nimm doch einfach einen Bohrer oder so. Oder geh dann... ...hau dich da durch. Ich hab keinen Bohrer. Und... Lanza ist mein Manipulatum-Modul eh besser als ein Bohrer. Ah! Nein! Alter! Jetzt töte mich hier nicht. Nein! Ähm... Ich würd' mir so sagen. Beam dich nicht zu mir. Bist... Wo bist du? Ja im Wasser. Aber ich weiß ja nicht von wo aus du gestartet hast. Deswegen... Egal. Nicht egal. Wieso beamst du dich zu mir? Ja, weil ich eh nicht woanders hin kann. Natürlich. Du kannst wieder oben... ...dich... ...auf dem Planeten beamen. Ja, da muss ich auch wieder mega weit laufen für. Ja, aber du hast ja wenigstens einen Anhaltspunkt wo du da hinlaufen musst. Jetzt hast du gar... ...gar nicht wo du da hinlaufen musst. Einfach nach rechts. Was? Bist du in der Höhle findest du oder was? Ne, das war ja keine Höhle. Ich bin einfach nur nach rechts gelaufen, oben. Du bist oben lang gestorben. Was? Nein. Hier unter Wasser. Ich muss einfach nur nach rechts laufen. War nämlich auf dem Meeresgrund. So ein Dreck. Die Fische sind mega ätzend. So, wie gesagt, du stirbst öfters als ich. Äh, ich sterbe öfters als du so rum. Ja, hier. Okay, ich reise jetzt wieder weg, ne? Ja, ich bin noch hier auf dem Planeten. Ich hole alle meine Sachen wieder und dann komm ich. Tschüss Mario. Ach ja. Wie wir damals bei diesen Kugeln in den Fleischbällchen erfahren haben. Die Items liegen etwas länger hier rum. Und wie du damals die Items in der Höhle verloren hast, ne? Ja. Eine Stunde später lagen sie da immer noch. Das ist gut. Ja, das war echt geil. So, ich muss jetzt grad mal ein bisschen mit Treibstoff besorgen. Die waren gerade nachgelegen. Asteroiden hier. Ah, ich kann ja gar nicht runterbewegen. Ich muss jetzt den Mech nehmen. Das ist ja geil. Ich kann mich gar nicht auf das Asteroidenfeld runterbewegen. Ich muss nämlich den Mech nehmen. Okay. Hä? Äh, warte, 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 warte. Ich wollte doch nur... Okay, ich wollte eigentlich nur Treibstoff, aber... Leute? Ich glaub die... Ich fahr mal ab. Die wollen nur meinen Mech zerstören. Ich wollte doch nur Treibstoff haben. Okay, das war irgendwie falsch. Ach so, das ist glaub ich... Irgendwie total oder sowas. Oh, man. Hm. 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 Ah, so, ich hab' ich vertan. Hm. Hey, der Kugel ist man etwas schneller unterwegs als zu Fuß. Okay. Ja, mit Wasser wahrscheinlich dann, ne? Ich war ganz... Es war so, ich hab' mich Asteroidenfeld und gar nicht vermuten, wo man was abbauen kann. Ich hab' ich vertan. Hä? Ich hab' mich vertan. Ja, ja. Oh nein. Oh nein, er hat sich nicht gut an. Wir sind schon wieder zwei von diesen Fischen. Beide erledigt. Oh! 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 Nein, nein, nicht noch mal. Das war knapp. Warum sind hier so viele von diesen hässigen Fischen? Sehr fisch. Ich liebe mein Manipulator-Modul, dass es so schnell ist. Ich habe Goldblöcke gefunden. Geld-Goldblöcke. Wie Geld-Goldblöcke? Weißt du noch? Ich weiß nicht, was das für ein Raum war. Wie so ein Schatz sieht das aus. Ja, ich weiß, was du meinst. Habe ich gerade gefunden. Direkt mit dem für die Schatzkammer. Das habe ich gerade eben auch gesehen. Das sieht echt cool aus. Ich weiß nicht, was du meinst. Geld-Goldblöcke? Ja, ich wusste nicht, wie ich es so beschreiben soll. Wie du meinst, ich verstehe dich nicht. Ich will meine Items haben. Hast du immer noch nicht? Nee. Ich will meine Items haben. Hast du immer noch nicht? Das Arschgesicht grefft mich wieder an. Aber ich bin 60. Ich bin schneller, als soll es laufen kommen. Ich glaube, da war es jetzt schon. Hier war es so viel zu denken... schneller graben als das hier laufen kann schweben okay ein versuchen das schiff das war ein spieler vor uns der schiff ausprobiert so die pixel lasse ich jetzt hier mal liegen so war ich hier jetzt schon nein war ich auch noch nicht und wie viel weg er aber noch zwischen uns lag er ist fast wieder tot ja ich weiß ich habe meine bandage aber woanders gerade liegen ich hätte auch ein paar abgeben können ich hab das jetzt so nicht auf dem sturm gehabt dass du gar nichts mehr hast das ist schon okay ok dann ist er gut ich darf es noch nicht einmal gehandelt werden es sei denn du kannst gerade dich zu mir beamen und dann auch wieder sicher zurück an deine position sowieso bin ich wieder hier weg ich bin jetzt hoch ich habe genügend fuel hallo 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 jetzt blind danke noch ein weiterer Tag mit ihm er hat gesehen und sie wird mir gedankt werden nicht viel zu langen dürfen nur weil ich dir geholfen habe Ich muss meine Items sichern und dann hier weg. Super. Ah, okay, hier war ich. Das heißt, es ist nicht mehr weit. Juhu. Stimmt, hier habe ich darüber geredet, dass die Pflanzen sogar erleuchten. Ich bin sofort wieder da. Juhu. Moment, guck drauf, wau. Und so schnell ist man wieder alleine. Yay. Und ich kann nur noch so viel Schäppchen machen und dann versuche ich nach oben zu kommen. Ich bin wieder da. Hallo. Du warst die ganze Zeit da. Nein, ich habe gesagt, ich bin kurz. Du hast dich die ganze Zeit gehört. Ja, weil ich war per Z. Ich habe mir Wasser geholt. Okay. Oh, hier ist ein Asteroidengürtel, geil. Und hier gibt es auch eine Station und ein Schiff. Ich besuche mal die Station oder das Schiff. Na, wer will sein? Jetzt nicht. Kannst du noch kurz warten? Kann ich nicht. Halt's auf. Das waren wir eh in der nächste Staffel. Meinst du? Ja. Ja. Ja, wir wollten das wirklich Staffelweise machen. Den Weltraum zu erforschen. Also die, 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 die mit dem Nächsten alles zu erforschen. Was weiterzuentwickeln. Was weiterzuentwickeln. Oh, noch Glück. Noch mal Glück. Okay. Wo sind die Alters? Ja. Gefunden. noch weiter. Es war so klar. Es war so klar. Äh. Ist doch schon wieder ein Ozeanplanet? Das muss ja eigentlich auch beschildert sein. Also beschriftet sein. Ja, es wird das Eisplanet bezeichnet. Haben wir ein Boot? Ich hole mir gleich eins, ey. Ich gucke mir das gerade nochmal an, ey. Achso, ein Friggled Ocean. Verdammt. Also wieder Ozean. Ja. Ja. Äh. Äh. Ist der ja besser? Ja, hier ist wieder so eine Goldschutzkammer. Ui. Hier ist ein dunkler Planet. Was weiß das denn? Aber guck mal. Also komm mal her. Ich glaube momentan, ich will nur noch das Gold haben. Ich habe gerade einen Goldfieber. Gold, 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 Gold. Ich komme nach oben. Juhu. Äh. Äh. Ah, ne. Ich gehe jetzt anders. Hallo. Oh, du Scheiße. Da sind Kreaturen. Aber keine Apex. Oder sind die Apex? Okay, sind keine Apex. Nee, das sind diese Aviens. Die sind hier oben diese Datenblöcke. Die sind hier oben. Was hast du für Bücher gefunden? Und eine Menge Pixel, die du nicht mitnimmst. Nö. Oh warte, es hängt den Lenkgarten ein bisschen. Ja, ich merk's. Leg, 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 leg. Aber der Wind funktioniert noch. Was funktioniert? Der Wind funktioniert noch, das ist eine. Das ist auch die Hauptsache. Hoffentlich schmiert das gleich nicht ab. Ich glaub ich werd zur Sicherheit mal kurz dir auch noch was helfen. Okay. Und es geht weiter. So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu. Mensch apparently. Geis. Alles. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020